Heute gibt es eine Premiere auf unserem YouTube-Kanal und zwar schauen wir uns heute ein Zuschauerportfolio an. Und nicht nur das, wir gehen das Portfolio heute gemeinsam durch und ich gebe euch eine ehrliche, persönliche Einschätzung. So, wir gehen direkt in die Portfolioübersicht. Hier können wir das gesamte Portfolio einmal sehen und wir können schon sehen, die investierte Summe liegt bei ungefähr 44.000 US-Dollar. Aktueller Wert liegt circa bei 19.000 Dollar. Ich muss dazu sagen, das Portfolio wurde schon vor einiger Zeit eingereicht, da war es glaube ich noch ein Stück weit mehr. Aber aktuell liegt der Wert ungefähr bei 19.000 Dollar und das Ziel mit diesem Portfolio ist es im nächsten Bullrun, so stand es in der E-Mail, 500.000 US-Dollar zu erreichen. Ich lese jetzt erst einmal die Nachricht vor, die wir von dem Zuschauer bekommen haben, sodass du auch weißt und verstehst, was die Idee hinter diesem Portfolio überhaupt ist. Und zwar, der Zuschauer hat geschrieben, hi Georg, ich bin 33, investiere schon lange in Aktien und habe mir nebenbei ein Krypto-Portfolio zusammengestellt. Bin aktuell circa 55% im Minus, was für mich okay ist. Ziel ist es beim nächsten Bullrun, 500.000 US-Dollar zu erreichen. Ich habe nebenbei aktuell keine Sparrate, überlege aber wieder mit 500 Euro monatlich loszulegen. Die Auswahl der Coins war nicht willkürlich, aber auch nicht super krass durchdacht. Erstmal vielen, vielen Dank für diese Nachricht. Dann gehen wir das Ganze mal gemeinsam durch, was ich auf den ersten Blick sehe. Und zwar, das allererste, was ich mir bei einem Krypto-Portfolio immer anschaue, sind die Positionsgrößen. Weil da passieren schon sehr, sehr häufig grobe Fehler. Und das Ganze schauen wir uns jetzt erstmal an. Also mit Positionsgrößen meine ich, wie groß ist beispielsweise der Bitcoin-Anteil, wie groß ist der Ethereum-Anteil und wie groß sind die Anteile der verschiedenen Altcoins. Wir können hier sehen, wir haben ungefähr 60% Bitcoin, 2% Ethereum, 10% Solana, 4% Polkadot, 10% ADA, 3% Pepe, 4% BNB, also der Binance-Coin. Und wir haben noch den Crow-Token von der Börse Crypto.com mit 5%. Also von den Positionsgrößen sieht das erstmal relativ in Ordnung aus. Der Bitcoin-Anteil, den muss man natürlich noch diskutieren, weil das kommt eben auch darauf an, wie dein Risikoprofil aufgestellt ist. Das konnte ich jetzt leider in der Nachricht nicht sehen. Wahrscheinlich hast du dir da auch nicht wirklich Gedanken gemacht. Deshalb an der Stelle, der erste Impuls ist zu überlegen, du hast hier aktuell 40% in Altcoins. Das Risiko bei Altcoins ist signifikant höher als beim Bitcoin. Das muss man sich einfach bewusst machen. Man kann dieses Risiko so wählen, das ist in Ordnung, aber es muss einem eben bewusst sein. Da erstmal die Frage an dich, das solltest du dich dann auch nochmal fragen. Hast du dir das Ganze bewusst gemacht? Ist diese Zahl bewusst so gewählt? Ansonsten, wenn du sagst, mir ist das im Prinzip doch zu viel Risiko und das merke ich gerade, dann kannst du natürlich den Bitcoin-Anteil nochmal deutlich, deutlich erhöhen auf 80, 85%. Und dann hast du vielleicht 15% für Altcoins. Aber das ist eine sehr, sehr individuelle Entscheidung. Das kann man jetzt erstmal nicht als negativ oder auch nicht als positiv bewerten. Ansonsten, was ich schon mal sehen kann, die Positionsgrößen hier stimmen ungefähr mit 5%. Ich sehe zwei große Positionen mit ADA und Solana. Das sind aus meiner Sicht zu große Positionen. Aber auch das ist nicht in Stein gemeißelt, wenn die Begründung dafür sehr, sehr gut ist. Aus meiner Sicht ist das aber auf den ersten Blick erstmal zu hoch. Also zu hoher Anteil in ADA und Solana. Und im Verhältnis dazu ist der Ethereum-Anteil mir ein Stück weit zu gering. Aber wir gehen erstmal auf die Übersicht. Hier können wir auch nochmal die Werte der einzelnen Coins im Portfolio sehen. Also Bitcoin mit 11.000. Der nächste größte Coin ist Solana und Cardano mit rund 1.900 Euro jeweils. Und dann haben wir einige kleine Positionen, so zwischen 500 und 1.000 Euro bei den anderen Coins. Hier kann man auch nochmal wunderbar sehen, in welchem Sektor denn diese Coins sind. Das ist nämlich auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, den die meisten im Markt überhaupt nicht beachten. Wir haben natürlich den Bitcoin als digitaler Wertspeicher. Wir haben dann drei Coins aus dem Bereich Smart-Contract-Plattformen. Und Solana gehört ein Stück weit, äh Solana, sorry, Polkadot gehört auch noch ein Stück weit damit rein. Na, gehört aber auch irgendwo in den Bereich Interoperabilität, weil es da eben auch darum geht, dass Blockchains miteinander kommunizieren. Dann haben wir noch einen Meme-Coin und wir haben zwei Börsen-Coins. So, gehen wir aber das Ganze mal nach und nach durch. Wie gesagt, der Bitcoin-Anteil bleibt diskutabel. Möchte ich weniger Risiko fahren, erhöhe ich diesen Anteil. Passt mir das Risiko, lasse ich es so, möchte ich viel, viel mehr ins Risiko, was definitiv nicht mein Weg wäre, aber man sicherlich machen kann. Dann würde ich den Altcoin-Anteil nochmal erhöhen. Dann gehen wir als nächstes erstmal auf den Bereich Smart-Contract-Plattformen ein. Wir haben insgesamt rund 22% in diesem Bereich mit Solana, Ethereum und Cardano, die alle miteinander konkurrieren. Was mir natürlich sofort auffällt, Ethereum ist da sehr, sehr kleingewichtet im Verhältnis zu Solana und ADA. Aus meiner Sicht deutlich zu klein, weil ich meine, Ethereum ist die Nummer 1, wenn es um Smart-Contract-Plattformen geht. Ist die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung und bietet einfach das größte Ökosystem in diesem Bereich an. Hat eine ganze Menge bestehende D-Apps, die eben auf Ethereum aufbauen. Von daher ist mir das insgesamt doch deutlich zu wenig im Verhältnis zu den anderen beiden. Klar, man kann natürlich bei Ethereum auch eine kritische Perspektive einnehmen, das sollte man auch. Ethereum hat einfach zu kämpfen mit hohen Gasgebühren und hat ein Skalierungsproblem. Dazu komme ich gleich aber auch nochmal. Und es gibt, und auch das sollte sich jeder gerade bewusst machen, es gibt gerade Unsicherheiten bezüglich der Regulierung in den USA. Das betrifft aber nicht nur Ethereum. Das würde dann auch Cardano und Solana sicherlich genauso betreffen. Wie das Ganze dann am Ende ausgeht, das weiß keiner, ist aber gerade ein zusätzliches Risiko, was von außen in den Markt hereinspielt. So, Thema Solana. Solana galt ja lange Zeit als der Ethereum-Killer und war 2020, 2021 in vielen Portfolios drin. Viele Leute haben damit sehr, sehr gute Gewinne auch gemacht. Die wenigsten haben Gewinne mitgenommen, leider. Galt damals aber so als Nummer 1 Ethereum-Konkurrenz. Es gab einen sehr, sehr großen Solana-Narrativ. Und Solana punktet eben dadurch, dass sie sagen, hey, die Transaktionsgeschwindigkeiten bei unserer Blockchain sind deutlich günstiger als bei Ethereum. Und wir haben gleichzeitig auch nochmal niedrige Kosten. Zu Solana kann man noch sagen, trotz Rückschlag durch die Pleite von FTX und somit das Wegfallen, sage ich mal, wichtiger Investitionsgelder, versucht sich Solana weiterhin zu etablieren. Das Projekt ist nicht gescheitert. Ich sage gerne nicht final gescheitert, weil durchaus immer noch eine Chance besteht, dass das Projekt sich eben nicht durchsetzt. Zuletzt wurde auch das Saga-Phone eingeführt, also ein eigenes Smartphone. Sollte quasi so die neue Mobile Era für Web3 einleiten. Das hat aber bisher nicht funktioniert. Davon hört man gerade auch relativ wenig. Deshalb sehe ich Solana auch im Gesamten relativ kritisch. Klar, das ist noch ein recht junger Markt, das muss man ganz viel sagen. Aber Solana ist vor allem in letzter Zeit oder in den letzten Monaten, Jahren mit vielen Aussetzern und vielen Bugs aufgefallen. Wir hatten einiges an Downtime. Und auch das Saga-Phone konnte zumindest im ersten Angang nicht für den gewünschten Akzeptanzschub sorgen. Das muss man klar so sagen. So, dann gehen wir mal auf Cardano. Cardano zählt natürlich ebenfalls zu einer Layer-1-Smart-Contract-Plattform und gilt so wie Solana als direkter Ethereum-Konkurrent, ist aber schon länger aktiv als Solana. Cardano gibt eben auch vor Ethereum in einigen Punkten wie Skalierbarkeit, wie Umsetzung des Proof-of-Stake-Systems oder der Gebührungsstruktur eben überlegen zu sein. Cardano entwickelt sich auch ständig weiter. Das kann man schon so sagen. Da hat auch kürzlich das Skalierungsprotokoll namens Hydra eingeführt. Dafür gibt es dann auch für Cardano einen Layer-2-Skalierungsansatz. Das ist durchaus positiv. Das Netzwerk macht also durchaus Fortschritte. Aber im Vergleich zu anderen Layer-1-Blockchain-Projekten ist die Entwicklung aus meiner Sicht relativ langsam. Wie gesagt, Cardano ist kein neues Projekt, gibt es auch schon relativ lange. Und was mich ebenfalls auch noch stört, ist der Gründer Charles Hoskinson. Da gibt es so eine Art Gründerkult gerade in der Cardano-Community. Davon bin ich nicht wirklich ein Freund. Es spricht immer so ein Stück weit dafür, dass das Projekt abhängig von einer Person ist. Das muss in der Praxis nicht so sein, aber so sieht es zumindest von außen aus. Und da gibt es natürlich auch einige mahnende Beispiele. Wie zum Beispiel Terra Luna, dort hatten wir auch einen Personenkult. Wir haben es sogar ein Stück weit bei Ethereum. Also Vitalik Buterin ist ja auch eine schon kontrovers diskutierte Person im ganzen Kryptosektor. Aber definitiv nicht so kontrovers wie Charles Hoskinson gesehen. Ich würde tendenziell sagen eher positiv. Also grundsätzlich bin ich da nicht ein Freund davon, wenn es eine wirklich starke Person bei einem Projekt gibt. Ansonsten sieht es bei Cardano aus meiner Sicht auch nicht so vielversprechend aus. Es gibt wenig vernünftige dezentrale Apps auf Cardano im Vergleich zu Ethereum. Demnach lassen sich wichtige Metriken wie das TVL, welche man ein Stück weit auch zu wünschen, übrig. Ich sehe Cardano noch weit davon entfernt ein ernsthafter Ethereum-Konkurrent zu sein. Und man muss ganz klar sagen, grundsätzlich in dem ganzen Blockchain-Markt gibt es extreme Konkurrenz. Und unter diesen Aspekten ist aus meiner Sicht die Positionsgröße hier zu groß gewählt. Man muss auch nochmal sagen, wenn wir nochmal darauf eingehen, was du im Bereich Layer 1 an Projekten drin hast. Mit Ethereum, Cardano und Solana. Das sind alles Projekte mit einer sehr, sehr hohen Marktkapitalisierung. Was mir hier fehlt, sind dann in dieser Nische auch nochmal Projekte, die noch keinen Bullenrun erlebt haben. Noch Projekte, die eine geringere Marktkapitalisierung haben. Da würde ich einfach mal schauen, ob du da nicht noch Alternativen in diesem Bereich findest. Bleiben wir aber nochmal bei diesem Bereich. Das ist ein sehr, sehr interessanter Bereich aus meiner Sicht im Crypto-Space. Aber was wir hier sehen mit Solana und Cardano sind eben direkte Ethereum-Konkurrenten. Und da gibt es einfach verschiedene Lösungsansätze. Das ist der eine Ansatz zu sagen, hey, wir machen das Ganze besser als Ethereum. Wir haben geringere Gebühren. Wir sind schneller. Oder es gibt einen anderen Ansatz. Und den finde ich aus Investment-Sicht gerade viel, viel spannender. Das sind sogenannte Skalierungslösungen für Ethereum. Wie zum Beispiel Optimism, wie zum Beispiel Arbitrum, wie zum Beispiel auch Polygon. Und das sehe ich in deinem Portfolio noch gar nicht vertreten. Da würde ich mir an deiner Stelle auch nochmal Gedanken machen, ob das nicht eine interessante Branche für dich sein kann. Weil du ja sowieso schon in dieser Thematik drin bist. Und aus meiner Sicht ist das nochmal ein sehr, sehr interessanter Bereich. Vor allem, weil wir da auch sehen, dass wichtige Metriken wie der TVL beispielsweise in diesen Bereichen schon sehr, sehr groß ist. So, Polkadot, sicherlich ein interessantes Projekt, war im letzten Bullenmarkt sehr, sehr gehypt. Und ermöglicht im Prinzip die Vernetzung mehrerer Blockchains. Das Projekt ist also im Bereich der Interoperabilität, aber auch im Bereich Layer-One aktiv. Und dieser Bereich wird für die Zukunft von Krypto im Hinblick auf Akzeptanz und Massenadaption aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig werden. Positiv sehe ich auch, dass Polkadot weiterhin eine gute Entwicklerbasis hat. Die Open Governance-Methode wurde auch erfolgreich umgesetzt. Also es wird ständig ein Projekt weiterentwickelt. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und was ich persönlich kritisch finde, ist die Komplexität des Systems und Wettbewerb mit anderen Multi-Chain-Plattformen. Polkadot hinkt aus meiner Sicht in Bezug auf den Kursanstieg hinter dem Wachstum seiner Konkurrenten zurück. Das ist aber erstmal nicht so schlimm, hat aber ebenfalls unter den rechtlichen Schritten der SEC ein Stück weit gelitten. Und aufgrund der Art und Weise, wie das System konzipiert wurde, werden aktuell weniger Einnahmen als bei der Konkurrenz erzielt. Thema ist aber hier aus meiner Sicht wirklich Konkurrenz. Also es gibt verschiedenste Ansätze und aus meiner Sicht hat Polkadot nicht den interessantesten Ansatz. Ich finde den Ansatz von Quant beispielsweise interessanter. Ist aber ein Thema, da könnte man jetzt sehr tief reingehen. Darum geht es mir gar nicht. Aber einfach mal als Inspiration, schau dir da auch nochmal Alternativen wie Cosmos oder eben Quant gerne nochmal an. Und dann kannst du auch in diesem Bereich tendenziell nochmal diversifizieren. Aber ansonsten, die Positionsgröße ist jetzt nicht zu groß gewählt. Von daher ist die Position als solche erstmal in Ordnung. So, dann haben wir als nächstes den Pepecoin, unseren Frosch. Der Pepecoin ist ein sehr junges Projekt, aber dennoch ein bereits beliebter Memecoin. Das muss man klar so sagen. Hat auch einen rasanten Aufstieg hinter sich. Baut auf der Ethereum-Blockchain auf. Und ja, ist glaube ich so der meistgehandelte Memecoin aktuell. Wahrscheinlich nach Doge, vielleicht sogar ein bisschen mehr als Doge. Der Pepecoin hat natürlich keinen inneren Wert. Wenn man da Bock hat auf ein bisschen Casino spielen, dann kann man auch solche Coins im Portfolio haben. Aber man muss sich eben bewusst machen, dass das kein Investieren ist. Das ist halt reines Glücksspiel. Wenn man da Lust drauf hat, kann man das gerne mit seinem Geld machen. Aber wie gesagt, sollte man sich bewusst machen. So, wir gehen aber mal auf die weitaus spannenden Coins ein. Wir haben noch den Binance-Coin vertreten mit ungefähr 4% im Portfolio. Der BNB-Coin ist die hauseigene Kryptowährung der Binance-Plattform. Immer noch einer der größten Börsen weltweit. Aber ich muss dazu auch sagen, regulatorisch sieht es gerade ganz, ganz böse für Binance aus. Binance war durchaus mitbeteiligt am Fall von FTX. Der wäre sowieso meiner Meinung nach früher oder später gekommen. Aber Binance gilt so als einer derjenigen, die da so ein bisschen, sag ich mal, Öl ins Feuer gegossen haben. Aus meiner Sicht auch zu Recht. Aber damit haben sie einen Konkurrenten ausgeschaltet. Einen Konkurrenten, der in der USA sehr, sehr beliebt war. Und damit ist natürlich Binance auch auf das Radar der SEC, der amerikanischen Aufsichtsbehörde, gerückt. Und dementsprechend gehen die gerade mit Binance sehr, sehr hart ins Gericht. Wahrscheinlich auch zu Recht. Aber wir müssen mal schauen, was da rauskommt. Das heißt aber, als Anleger musst du dir halt Gedanken machen, möchte ich wirklich so eine Position gerade drin haben, wo so viel rechtliche Unsicherheit besteht. Ich persönlich sage, ich möchte das nicht. Ich hätte gerade kein Geld auf der Binance-Börse liegen. Ich hätte auch kein Geld in den BNB-Coin gerade investiert, weil mir die Sache einfach aus regulatorischer Sicht viel zu heikel ist. Generell finde ich es immer relativ kritisch, wenn Börsen auch einen eigenen Token haben. Wir haben gesehen, was im Fall von FTX passiert ist. Man muss vielleicht eine Sache noch dazu sagen. Der Binance-Coin ist kein reiner Börsen-Utility-Token. Mit der Binance-Smart-Chain wurde neben den klassischen Anwendungen von Börsen-Token auch ein eigenes Ökosystem kreiert, in dem BNB eben auch als native Währung fungiert. Man kann sagen, dass der Binance-Token da der Vorreiter in dem Bereich Exchange-Token auch war, aber eben nicht auf dem Bereich Exchange-Token, also Börsen-Token limitiert ist. Aber dennoch, diese ganze regulatorische Sache würde mich gerade davon abhalten, Binance im Portfolio zu haben. Und auch auf der Produktseite bei Binance muss man ganz klar sagen, Produkte wie der Stablecoin, BUSD musste eingestellt werden. Nicht nur unter regulatorischem Druck aus den USA, auch regulatorischer Druck aus anderen Ländern. Und wichtige Kennzahlen wie der TVL sind eben auch stark rückläufig gerade. Also sehr, sehr kritisch sehe ich das ganze Projekt. Da kannst du dir aber auch gerne nochmal Gedanken machen. Du hast natürlich auch nochmal mit Crypto.com einen direkten Konkurrenten drin. Crypto.com gehört auch zu den ersten Börsen, die im Bärenmarkt erstmal im großen Stil Mitarbeiter entlassen haben. Da gab es ja auch einen sehr, sehr großen Aufschrei. Dazu muss ich aber sagen, das ist vollkommen normal. Ich weiß es aus meiner Consulting-Zeit. Es ist einfach so, dass Börsen in einem Bullenmarkt quasi das Personal extrem schnell skalieren müssen, weil sie mit der Nachfrage nicht hinterher kommen müssen. Und dann ist es auch vollkommen normal, dass sie in einer bärischen Marktphase wieder massiv Personal entlassen. Das ist eine normale Marktpraxis. Das gehört dazu. Das ist erstmal nicht so kritisch zu sehen. Dennoch finde ich Crypto.com als Börse jetzt nicht so attraktiv. Vorher hatten die einen Unique Selling Point und das waren einfach die Krypto-Kreditkarten, die für viele enorm interessant waren, die auch sicherlich ein interessantes Modell haben. Aber auch das Angebot wurde mittlerweile stark eingestrengt, wodurch der Dienst eben auch stark an Interesse verloren hat. Ansonsten musst du dir halt bewusst machen, diese ganzen Krypto-Börsen, die stehen miteinander in einem sehr, sehr starken Wettbewerb. Auch regulatorisch ist das Ganze eine schwierige Thematik. Da kannst du dir sicherlich nochmal Gedanken machen, ob du dich nicht mal mit dem Bereich dezentrale Börsen auch beschäftigen möchtest. Der Bereich ist ein Stück weit komplexer zu verstehen. Aber aus meiner Sicht ist das ein Bereich, der gerade Fahrt aufnimmt und ich sehe da viele interessante Investmentchancen. Das nochmal als Hinweis zu diesem Bereich. Dann sind wir auch schon mit den Einzelwerten dieses Portfolios durch. Wie gesagt, es gibt noch interessante Bereiche, die solltest du dir auf jeden Fall mal anschauen. Ansonsten überleg dir auch mal, gibt es irgendwelche Bereiche im Krypto-Space, wo du in Zukunft viel Potenzial siehst. Das kann das Metaverse sein, das können NFT-Marktplätze sein, was auch immer. Dann müsstest du selber mal ein bisschen recherchieren und könntest dann da auch nochmal eine Nische dafür in deinem Portfolio aufmachen. Was ansonsten sehr, sehr auffällig ist, du hast viele Coins mit einer sehr hohen Marktkapitalisierung und du hast ein sehr, sehr hohes Ziel mit 500.000 US-Dollar. Von 44.000 auf 500.000, das ist schon ein gewaltiger. Oder von aktuell 20.000 auf 500.000, das ist ein gewaltiger Sprung. Das ist möglich, aber mit dem Portfolio halte ich das für relativ schwierig. Ich meine, überleg dir einfach mal, was kann Bitcoin im nächsten Bullenmarkt erreichen. Selbst wenn wir jetzt das letzte Allzeithoch verdoppeln und auf 140.000 gehen, ist das natürlich ein netter, ein sehr, sehr guter Gewinn auch. Aber du kommst nicht in diese ganz, ganz krassen Sphären, die im Kryptowährungsmarkt möglich sind. Und ich sage dir schon mal, es ist auch nicht möglich, diesen 100xCoin zu finden. Das sollte auch nicht der Ansatz sein. Aber mach dir mal Gedanken, ob du nicht ein Stück weit noch so ein Risikoportfolio haben möchtest, wo du gezielt vielleicht nochmal 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 Euro, je nachdem, was du noch so über hast, nimmst und in Projekte investierst, die ganz klar unter dem Radar sind. Die noch nicht jeder Investor auf dem Schirm hat, wo dann einfach nochmal dieses richtig, richtig große Renditepotenzial da ist. Wenn du dir diese Projekte mal anschaust, Solana Polkadot, die waren irgendwann auch mal viel, viel kleiner. Und Leute haben damit 20, 30, 40, 50, teilweise 100x gemacht. Das ist möglich, aber dafür sollte man bewusst nochmal ein Stück weit Kapital einplanen. Und das ist auch so der letzte Punkt, den ich machen möchte. Ich sehe jetzt noch nicht so die Coins drin, die eine extrem krasse Überrendite machen können im Vergleich zu Ethereum oder Bitcoin. Die sehe ich in deinem Portfolio nicht. Deshalb ist das so der Punkt, auf den du bei deiner Portfolio-Planung nochmal eingehen kannst. Natürlich musst du dir Gedanken machen, bist du bereit, so ein Risiko einzugehen? Wenn du in Small Caps investierst, dann hast du ein deutlich höheres Risiko. Das muss man ganz klar so sagen. Aber du hast natürlich auch eine höhere Renditechance. Dazu mach dir einfach nochmal Gedanken. Wenn du jetzt nochmal zusätzlich eine Sparrate nimmst, dann empfehle ich dir auch immer mal wieder Geld zur Seite zu legen, was du nicht direkt in den Markt investierst. Weil gerade in dieser bärischen Marktphase kommen immer wieder interessante Projekte auf den Markt, die jetzt auch noch keiner auf dem Schirm hat. Und dann ist es immer sinnvoll, dass man ein Stück weit auch Kapital hat, um in diese Projekte zu investieren. Den Fehler, den leider immer wieder viele machen, ist, dass die Kapital einplanen und dann unbedingt direkt platzieren möchten. Und das ist häufig ein sehr, sehr großer Fehler. Da lege ich dir nochmal ans Herz, wenn du einen Sparplan machst, nimm immer ein Stück weit Geld an der Seite, damit du dann in Projekte auch investieren kannst, die vielleicht in den nächsten Monaten auf den Markt kommen. So, ich hoffe, diese Portfolioanalyse hat dir schon mal weitergeholfen. Und wenn du dir das Video jetzt gerade angeschaut hast und sagst, hey, ich struggle gerade selber noch so ein bisschen mit meinem Portfolio. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da gut aufgestellt bin und hätte da gerne auch nochmal Feedback von euch. Dann melde dich doch einfach auf www.cryptory.de. Buch dir ein kostenloses Strategiegespräch mit unserem Team und dann geben wir dir gerne auch Feedback zu deinem Portfolio. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao. Vielen Dank.